Hallo und herzlich willkommen zur Zusammenfassung meiner vierteiligen Bluetooth-Lautsprecher-Testserie, die ich in den letzten Wochen eben abgeschlossen habe. Ich habe dabei vier Lautsprecher getestet und zwar vier Mini-Bluetooth-Lautsprecher. Die sehen wir jetzt hier. Und das war zuerst mal der Sony SRS-XB10, den sehen wir links oben. Dann haben wir den JBL Clip 3, den sehen wir rechts oben. Und den JBL Go 2 links unten. Und ganz rechts unten dann den JBL Go. Es gibt natürlich auch noch die ausführlichen Testberichte, die verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Also wenn ihr das Ganze ausführlich wollt, schaut euch die an. In diesem Video geht es nur um die Zusammenfassung. Schauen wir uns zuerst den Lieferumfang an. Und das seht ihr, überall ist natürlich der Lautsprecher dabei. Dann Anleitungen und überall ein Micro-USB-Ladekabel zum Aufladen. Da haben wir also keine großen Unterschiede. Als nächstes werfen wir einen Blick auf die Tasten. Und da sehen wir links oben den SRS-XB10. Da haben wir eben die typische Plus- und Minus-Taste. Die haben alle diese Lautsprecher. Wir haben eine Play-Pause-Taste. Die haben die auch alle. Diese Play-Pause-Taste wird oft noch als Multifunktionstaste bezeichnet. Und beim Sony SRS haben wir noch eine Add-Taste. Denn das ist der einzige der vier Lautsprecher, den man noch mit einem zweiten Lautsprecher zum Stereo-Klang verbinden kann. Also das heißt, ihr habt zwei SRS-XB10, verbindet die dann miteinander und dann habt ihr eben Stereoton. Eine App wird dafür nicht benötigt. Was wir dann auch noch sehen ist bei den JBL-Modellen unten, also bei dem Go 2 und dem JBL Go haben wir noch eine extra Bluetooth-Taste, also dieses Bluetooth-Symbol. Das wird bei den anderen Tasten eben anders gelöst. Diese Taste ist da für das Pairing. Bei den anderen Modellen wird dann eben zum Beispiel die Play-Taste länger gedrückt. Beim Clip 3 ist es so, der hat seitlich noch zwei Tasten. Die habe ich jetzt hier nicht angezeigt. Die blende ich jetzt mal noch kurz ein, damit ihr das auch seht. Und da habt ihr diese Tasten eben seitlich. Beim Sony SRS, wie gesagt, gibt es keine spezielle Bluetooth-Taste. Da wird das Pairing dann anders gelöst. Dafür hat der aber auch noch NFC. Da sehen wir auch das NFC-Logo am Gehäuse. Als nächstes kommen wir zu den Anschlüssen. Da beginne ich auch wieder links oben mit dem SRS-XB10. Der hat hier einen 3,5 mm Klingeanschluss. Den haben die alle. Dann haben wir beim SRS-XB10 eine Reset-Taste. Damit kann der eben auf Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Und dann haben wir eben einen Ladeanschluss Micro-USB. Den haben die auch alle. Die Lautsprecher haben auch Mikrofone. Beim SRS sehen wir das Mikrofon rechts unter der Play-Taste. Beim JBL Clip ist der vermutlich hinter dem Lautsprecher. Das sieht man nicht direkt. Beim JBL Go ist er bei der Klappe unten der kleine schwarze Schlitz. Und beim Go 2 ist er unter dem Ladeanschluss. Jetzt kommen wir zur Befestigung. Und da kommen wir wieder zuerst zum Sony SRS-XB10. Der hat so eine Gummilasche, die ist mit einer Schnur am Lautsprecher befestigt. Da seht ihr hier einen vergrößerten Ausschnitt. Da kann man theoretisch auch noch andere Sachen mit einer Schnur befestigen. Da ist auf jeden Fall eine Befestigungsmöglichkeit vorhanden. Beim Clip 3 rechts daneben haben wir dann einen Karabiner, der quasi in Gehäuse integriert ist aus Metall. Und beim JBL Go gibt es leider keine Befestigungsmöglichkeiten. Beim JBL Go gab es die noch. Allerdings, ihr seht hier einen Karabiner, aber der ist zu groß. Das ist schon ein kleiner Karabiner, der passt da trotzdem nicht rein. Ihr seht aber, ihr habt hier so einen blauen Steg. Da könnt ihr auf jeden Fall eine Schnur befestigen und den Lautsprecher dann auch irgendwo befestigen. Hier haben wir nochmal alle Lautsprecher. Und zum Design habe ich jetzt noch kein Wort verloren, weil ihr seht ja die Lautsprecher, wie die aussehen. Der Sony SRS XB10 hat ja so eine Zylinderform und ist sehr schlicht gehalten. Beim JBL haben wir so das typische JBL Design, das heißt dieses Textilgewebe auf dem Lautsprecher selbst. Und der JBL Go ist das älteste Modell, der sieht so am unstylischsten aus. Ich will jetzt nicht sagen, dass er hässlich ist, aber er ist halt viereckig und wirkt eben nicht so modern. Daneben haben wir dann den JBL Go. Da sehen wir schon, der wirkt viel moderner. Die Oberfläche glänzt so ein bisschen metallisch. Das Ganze sieht einfach moderner aus. Jetzt möchte ich noch auf die Funktionen und Daten eingehen. Da beginne ich wieder mit dem SRS XB10. Der ist erstmal IPX5 geschützt, also die Schussklasse. Das heißt, der ist spritzwassergeschützt. Das ist so auch die wichtigste Klasse, sag ich mal X5. Gleich kommen wir noch zu X7. Aber wie gesagt, der ist X5 geschützt. Dann kann dieser Lautsprecher mit einem zweiten Lautsprecher verbunden werden. Also Stereo Pairing und dann habt ihr Stereo Sound. Das ist auch das einzige Modell der Serie, der das kann. Dann hat er noch NFC. Die Laufzeit liegt bei 15 Stunden und damit hat der Lautsprecher auch die höchste Laufzeit dieser vier Modelle. Sein Preis liegt momentan, also bei Veröffentlichung des Videos, bei ca. 37 Euro. Damit ist der Preis auch wirklich gut. Und das ist mein persönlicher Favorit. Dazu aber gleich mehr. Wir haben jetzt als nächstes den JBL Clip 3 und der ist IPX7 geschützt. Das heißt, man kann ihn theoretisch, wenn ich mich recht erinnere, für eine Minute unter Wasser tauchen. Das ist natürlich nicht besonders sinnvoll. Das empfehle ich euch auch nicht, selbst wenn das quasi da steht, dass man das machen kann. Weil wenn zum Beispiel ihr die Gummiklappe nicht richtig verschließt oder da irgendwie ein Haar drin ist und das undicht ist, dann läuft da Wasser rein. Und dann war es das mit dem Lautsprecher. Das heißt, untertauchen bringt sowieso nichts. Das würde ich auch nicht versuchen. Wichtig ist immer der Spritzwasserschutz. Der ist eben ab IPX5 aufwärts gegeben. Der JBL Clip 3 ist so, sag ich mal, der schickste Lautsprecher der vier Modelle. Und er hat einen integrierten Karabinerhaken. Das ist auf jeden Fall praktisch. Der ist aus Metallen. Damit könnt ihr den Lautsprecher eben irgendwo befestigen. Die Laufzeit liegt hier bei 10 Stunden. Das ist auch in Ordnung. Aber der Clip 3 ist der teuerste der vier Modelle. Also ihr seht, dass der Sony SRX XB10 nur 37 Euro kostet. Damit ist der Clip 3 fast doppelt so teuer. Ja. Und als nächstes haben wir den JBL GO. Der hat keine Schutzklasse. Die Laufzeit liegt bei bis zu 5 Stunden. Und er ist auch das günstigste Modell. Der kostet so 15 bis 20 Euro. Man muss dazu auch sagen, das ist ein Auslaufmodell. Wie gesagt, es gibt nämlich schon den Nachfolger. Deswegen ist der relativ günstig zu haben. Zu guter Letzt haben wir den JBL GO 2. Der ist hier auch wieder IPX7 geschützt. Die Laufzeit liegt bei maximal 5 Stunden. Und der kostet ca. 30 Euro. Das waren jetzt eben die vier Lautsprecher. Und als nächstes schauen wir uns jetzt nochmal die Frequenzanalyse der vier Modelle an. Links oben sehen wir den Sony SRS XB10. Und da ist es besonders wichtig, dass ihr ganz oben links schaut. Denn der Sony SRS XB10 hat den besten und stärksten Bass. Das sehen wir an der Kurve links oben ganz ganz am Anfang. Das heißt, die niedrigen Frequenzen sind ja für den Bass zuständig. Daneben sehen wir den JBL Clip 2. Der kommt quasi am Anfang von unten nach oben hoch. Das heißt, der tiefe Bass ist da nicht so stark wie beim SRS XB10. Dann haben wir den JBL GO 2 und den JBL GO. Und ihr seht zum Beispiel JBL GO 2 und JBL Clip 3. Da sind die Kurven sehr sehr ähnlich. Das heißt, die klingen fast gleich. Klar, es gibt einen minimalen Unterschied vielleicht. Aber das kann ich nicht mal richtig auseinander halten. Die klingen eben fast gleich. Als nächstes haben wir dann noch den JBL GO. Den günstigsten der vier Lautsprecher. Und der klingt nicht ganz so gut wie der JBL GO 2 und der Clip 3. Allerdings, wie gesagt, der kostet nur 15 Euro. Und der Klangunterschied zum GO 2, der ist vorhanden. Ist jetzt aber nicht irgendwie gravierend. Der JBL GO 2 klingt besser. Aber wie gesagt, der JBL GO kostet die Hälfte davon. Mein Testsieger ist hier eben der Sony SRS XB10. Auch wegen dem Bass. Das seht ihr an der Kurve. Jetzt kommen wir noch zu meinen persönlichen Favoriten. Beziehungsweise der Staffelung. Mein Favorit ist definitiv der Sony SRS XB10. Das liegt unter anderem am Preis. Und er hat den stärksten Bass von den vier Lautsprechern. Befestigungshalterung hat er auch. Er hat noch NFC. Das ist für mich nicht besonders wichtig. Aber der gewinnt eben für mich persönlich. Als nächstes haben wir dann den JBL GO 2 auf Position 2. Der Bass vom JBL GO 2 ist nicht ganz so stark. Er hat keine Befestigungsmöglichkeit. Und ja, eben für mich Platz 2. Dritter Platz geht an den JBL Clip. Der hat wirklich ein tolles Design. Der Karabiner ist toll. Die Verarbeitung ist wirklich toll. Der Klang ist ungefähr gleich mit dem JBL GO 2. Der Clip 3 hat aber leider nicht so viel Bass wie der SRS XB10. Auf Platz 4 haben wir dann den JBL GO. Wie gesagt, das ist das günstigste Modell. Der kostet nur 15 Euro momentan ungefähr. Das Design ist, sage ich jetzt mal, sehr, sehr schlicht. Die Verarbeitung ist trotzdem okay und solide. Und der hat allerdings im Gegensatz zum GO 2 eine Befestigungsmöglichkeit. Das heißt, da haben sie beim JBL GO 2 quasi etwas rausgenommen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Befestigungsmöglichkeit erhalten geblieben wäre. Ist aber leider nicht so. Das sind so meine persönlichen Favoriten. Und wie gesagt, der Sony SRS XB10 ist für mich aufgrund des Basses, das ist hauptsächlich sehr wichtig für mich gewesen, der Gewinner dieser Serie. Das war jetzt eine spontane Aufnahme. Das heißt, ich habe kein Skript diesmal verwendet. Wenn euch das Video gefällt bzw. diese Aufmachung der Zusammenfassung, dann liked doch einfach das Video, schreibt einen Kommentar drunter. Für Verbesserungsvorschläge bin ich natürlich immer offen. Aber wie gesagt, es gibt auf jeden Fall noch detaillierte Tests zu jedem einzelnen Modell. Die werde ich unten in der Videobeschreibung verlinken. Und wer da eben genaueres wissen will, der kann sich da nochmal alles detailliert anschauen. Ich möchte auch noch darauf hinweisen, dass ich eine Klang-Datenbank bzw. eine Datenbank angelegt habe, in der ihr die einzelnen Lautsprecher miteinander vergleichen könnt. Das heißt, den Klang bzw. die Aufnahme. Die Adresse dazu blende ich jetzt hier ins Video ein. Und ich werde sie auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Dort könnt ihr eben beispielsweise hingehen und sagen, lade mir links den JBL Xtreme und lade mir rechts den Sony SRS XB10. Dann könnte ich den Klang dann miteinander vergleichen bzw. mir das Ganze anhören. Da hört man dann auch so einen Unterschied quasi. Wer hat mehr Bass? Wer hat weniger Bass? Wer klingt etwas heller? Da kann man dann einen Eindruck davon gewinnen. Das war mein erster Versuch bzw. die erste Zusammenfassung einer Testserie. Alle Links und Infos findet ihr unten in der Videobeschreibung. Das war's von mir. Ich bin raus und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020